Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wo sind die Arbeiter, anzunehmen bei Kivo, im Schattenhochland, an dieser Position. Vor Quest ist kein Problem ist zu klein. Nehmt die Quest hier einmal an. Nun heißt es folgt Kivo. Kivo sitzt auf dem Mount, ich mounte auch auf. Und mal schauen wo Kivo hin will. Kann Kivo fliegen? Kivo kann nicht fliegen. Ah vielleicht denkt er, er ist noch in Battle for Azeroth und er hat noch nicht den Erfolg. Logisch. Hallo Kivo, hier kannst du mit dem alten Flieger fliegen. Boah er kann hüpfen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin Buff. Nun heißt es Päonschlupfwinkel untersucht. Äh, darf ich da hineinlaufen? Hallo? Jetzt wird es abgehakt. Ich glaube man muss ihn gar nicht ansprechen. Nun heißt es Päons befragt. Drei Stück. Ich quatsche mal zufällig welche an. Eins von drei, zwei von drei, zwei von drei. Quest ist bereit zur Abgabe. Okay. Wie positioniere ich mich, damit man Kivo sieht? So. Quest ist abzugeben bei Kivo. Im Schattenhochland. An dieser Position. Hier sieht man ihn unter den ganzen Spielern. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Ah, es ist okay. Und äh. Und äh.